Ich glaube, er war auch bei Ihrem Kurs. Er kommt mir auch bei der Frage. 1250 Grad. Schrittwind 1250. Sehr gut, ja. Ich weiss, ich muss das haben Sie. Ich habe Sie keine Würge gestellt. Ich hätte es jetzt schon bezahlt. Was passiert, wenn man Wasser in einer brennbaren Flüssigkeit diisst? Es kam mir. Explosion. Habt ihr das schon mal gesehen? Ja. Wieso explodiert denn das? Das ist ab nur Wasser. Habt ihr eine Ahnung, was da passiert? Es kommt ja auch schlichte drauf an. Genau. Das Wasser setzt sich drunter. Beim Öl zum Beispiel. Genau. Das Wasser, das richtig gesagt, das Wasser, wenn wir es reingiessen, ist es ja flüssig. Das flüssige Wasser ist schwerer als Öl. Ich weiss, wenn wir es reingiessen gehen, geht das an den Boden. Das ist die Banne. Es wird innerhalb von Sekundentrautteilen wieder sehr hoch verhitzt. Das heißt, es wird von Flüssigkeit zu Wasser und Verdampf. Und ein Liter Wasserdampf, oder respektive ein Liter Wasser, wenn er zu Wasserdampf geht, gibt es eine Verdrängung. Was glaubt ihr, ein Liter Wasser, wie viel Wasserdampf entsteht aus einem Liter Wasser? Wie viel hundert? 150? Wie viel sagst du? 1.000? Ja, ich habe nicht schlecht. 1.700 Liter. 1.700 Liter. 1.700 Liter. 1.000 Liter Wasser. Wer möchte das Wasser reingeben? Will es denn jemand von euch machen? Ja, mit dem Teleskop da. Ja. Ja. Du. 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 Wie viel Wasser, das ist Wasser, das kann man trinken, wenn man fügt. Das ist so viel wie sie im BSM-K-Sachen. Ja, das ist genug. Ja, ich war nicht gleich ein Liter da. Achtung! Achtung! Einfach hochwertig. Einfach hochwertig. Einfach hochwertig. Einfach hochwertig. Achtung! Achtung! Jetzt? Zu wenig, oder? Ich glaube, beim BSM-Kurs war auch Feuerschulung, oder? Ja. Sehen wir immer dieses Video, wo sie so klein und merkt am Wasser in die Fritteuse geben, also die Fritteuse exkludiert. Ja, das ist so perfekt. Ja, das ist so perfekt. Hast du es mal fest? Achso, ganz schön. Achso, ich habe es. Achso. Weiss ich ist es, aber es bleibt noch nicht. Das heisst, die Zündteparatur ist jetzt noch nicht ganz erreicht. Mhm. Ja. 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 Das war jetzt eine recht kleine Menge, 2-3 Dezis schätze ich mal. Was geht weiter, was musst du weitergehen? Schlagkoff, Schlagkoffkräftung einschlagen. Ja, ist schon aktiviert, das kannst du probieren. Gut, das sind die Übungsleuchte. Lass die Pistole bestätigen. Genau, machen Feuer. Wir müssen ihn einsetzen, wie du ihn einsetzen möchtest. Von unten. Jetzt kriege ich den Wind zu da unten. Jawohl, ja. Da wechselt gerade den Unterschied. Das ist nicht. Das ist voll. Aktiviert. Das hast du betoniert. Das ist ein Flugzeug. Ja, eben. Wie bitte? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Nein, ist das kalt? Nein, ist das kalt. Da ist der, der Sputmann. Das ist ein Schotfest. Das ist ein Schotfest. Wie ist das? Das ist ein Schotfest. Ja. Solotone ist kalt hier. Dann gehen wir mal zu erinnern, das war schön. Das war ein Schotfest. Ja, bitte. Jetzt wurde es.